Hallöchen Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Tests of Cillia Amnesty Part. Sind wir weiter durch die, ähm, 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 Monhoch, weiter durch das Monhochland gegangen, um noch immer nach, zum König von Aronjul zu kommen und kämpfen auf den ganzen Weg. Los! Kiosam! Was zum, äh, ich kann, ich bin auch bei mir so slow. Was ist da los? Uh, thank you, Elise! Tschüss. D-bam. Boah, fast wieder level up. Also, sie sehen, man hat Erfahrungspunkte ja eben gefielen mir mehr. Danach setze ich natürlich noch das Item ein, damit wir 60% mehr Gehalt kriegen, damit wir mehr Kohle haben. Dimm, 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 dimm. Hier! Hoi! 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 Die Likes von dir werden mich nicht stoppen. Loll, Rufflecopter. Fühlt sich mal an, wie groß die Lidiumkugel da unten auf dem Bild aussieht. Krass. Ich weiß nicht, wie weit geht die Wolle. Wir haben nicht in einem sehr langen Zeit gegessen. Ich glaube, niemand will einen alten Geyser-Kanneling-Spirits für sie. Oh, okay. Nein, so was wollen wir nicht hören. Da. Bitte schön. Armourroben. Puh, von hinten. Super privativ Angriff. Und, wir verwenden uns sogar. Zack. Ich kann nicht stoppen. Ich kann nicht stoppen. Ich hätte nie was erwartet, dass ein Test-Charakter das sagt, wenn er nicht im Kampf ist. Ich will mit einem alten Quacker kämpfen. Du hast aber gar keine neue Ausrüstung, oder? Ja, du bräuchtest mal neue. Halt. Ich hab die noch immer nicht. Doch, hab ich. Ich dachte jetzt schon. Da unten ist noch ein Gegner. Huh? What the fuck? Oh mein Gott. Da, 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 da. Ich hatte auch den meisten Zauberschutz. Ihr wollt mich doch verarschen. Warte mal. Womit kann ich schon mal alles machen? Negative Gate. Ähm. 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 Shortplatz festlegen. Huiuiui. Feuerkugel. Hä? Was? Was stehst? Durchtreibende Schicksale. Gleich tötest. Okay. Warte. Ach, dann kann ich gucken, womit ich verbundenen Ars mit dem machen kann. Und den auch noch mit Windland... Ne. Mit drei... Doch. Windlancer. Da kommt auch was raus. Zaaack. Foi. Bam. Oh. Windlancer. 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 Hö? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Krasser Angriff. Und ihr habt beide einen Level-Up. Die zwei, die jetzt momentan nicht kämpfen, kriegen Level-Ups. Hehehe. Boah, Elvin hat fast 2000 HP. Ich weiß das wie KP. Ich nenne es aber HP. Hehehe. So hieß es nämlich damals immer. Und für mich wird es zweitens heißen. Auch wenn KP da spült. Ich werde es schon sehen. Ich werde es demnächst irgendwann KP trotzdem nennen. Hehehe. Ich frage mich, warum haben sie das von HP auf KP geändert? HP war doch okay. Ich meine, es war nichts falsch an HP. Health Points. Heilungspunkte. Und KP Kraftpunkte. Ein Kino-Hass haben sich jetzt zu LP geändert. Zu Lebenspunkte. Hm. What will man tun? Ich glaube, jetzt kommt aber Kanabala. Katzin. Wauw. Und ich dachte, Shandu war in Hurtburg. Schau mal an diesen Ort. Die Heilungspunkte ist stärker hier in Arzul als in Rashagal. Wow! Check those out! Das ist etwas, das du nicht mehr sehen in einem anderen Welt. Eine der Kanabala-R ist von Kanabala-R bekanntest. Was sind sie? Kanabala wurde zusammen mit den Peakern der Erde. Die Kanabala-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker-Ranker. Sie sehen nicht Spaß? Ich hoffe, dass wir immer wieder in einer dieser Welt sehen können. Wie geht es um den King zu treffen? Ich versuche einen Royal Audience für Sie, wenn ich eine Möglichkeit habe, um die Wyvern zu benutzen. Keine Ahnung, aber viele Leute kommen in der Kapitale, um einen Audience zu suchen, also Sie müssen ein bisschen warten. Ich empfehle mich auf den Inn, bis ich zurückbekommen. Ich versuche jetzt, dass du einen Weg zu denken, um Dinge zu tun, ohne Jürgens Hilfe zu tun. Ich versuche, dass du nicht Probleme für ihn machen kannst, okay? Er ist ein schöner Mann. Sorry fürs Mausklingen, das hört man halt, wenn ich es laut und leise mache. Waffenchop! You got to be kidding me. Habe ich irgendetwas davon? Oh my gosh! Ich krieg dich auf Level 37. Ähm, Objekte laden. Insektenflügel. Hier, das ist Level 28. Nein, Rüstung. Ach komm, du kriegst Rüstung 2, was kriegst du? Was gebe ich dir? Ähm, no 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 no. Hier kriegst du Silberstaub, miau! 34 Mal, da kommst du auf ein gescheites Level. du bist zu was was da aber ihr wollt trotzdem immer dasselbe nach insektenhandschuhe naja ich hab so wenig geld kann ich nicht irgendetwas vielleicht doch ich brauche nicht mehr ich auch nicht mehr ich muss weiter das ist ein alten schock wo seien ich würde sagen umsehen ist später dran das ist echt okay so hallo was ach so ich habe drei tausend gehalten gelesen da lief mir das herz stehen katz jürgen still isn't back not yet elise want to do some sightseeing miss elise why not joy and leia come on elise gosh now that tippo's giving us the silent treatment i guess i need to pick up the slack you talk more than before impossible yeah hey just because tippo's gotten quiet doesn't mean you have to i'd love to hear more about you elise in your her own words shut up leia you're the one holding us all back after all huh elise that was uncalled for you should apologize you must have really crossed the line if mama mila is scolding you i hate me la and leia too hey where you going ouch that stung a little not gonna lie please do not let it get to you oh i'm fine we need to get elise back wow wow krass mama mila schimpft und sie sagt sie hasst uns you shouldn't have done it elise aber man muss sie auch verstehen sie hat ihren besten freund verloren hier können wir nicht schlagen too bad hm such mir mal elise ist aber schon krass wenn man sowas erfährt ja deine älterin sind tot und so ne oh try to stay away from the eaves of the houses the snow on the roofs could tumble down on you hm elise bist du hier irgendwo hello da ist sie ist sie oh no reason to be alarmed this is purely a chance encounter nothing more elise i'm sorry about before i can't imagine how lonely you must be without the old depot i know i have a bad habit of opening my big mouth without thinking please forgive me no come on don't say that i'll beg if i have to i thought you and mila were my friends i hate you i hate you can't you see that i'm just worried sick about you liar you don't care about me at all i don't want to be friends anymore miss elise miss elise everyone is being kind to you right now because you have them so concerned you say that you feel hurt but have you considered your own actions do you realize that tipo's words were just as hurtful to miss leia i hurt leia well hurt is a strong word but you took the wind out of my sails that's for sure i had no idea why don't you try apologizing to her but i said such horrible things i am certain she will forgive you if you ask nicely forgiveness is the sign of a true friend leia i'm sorry will you forgive me sure but under one condition from now on i want you to tell me more about yourself using your own voice huh you're not the boss of her you're only three years older teepo stop elise y-yes even if it's only three years i'm still older than you right bossy leia is scary leia there's a lesson here child never take your friends for granted so what do we do now jürgen still hasn't gotten back yet we could just barge into the castle ourselves for the hundredth time let's not cause any trouble for jürgen that's no good hm it sounded like a good idea to me teepo please stop saying mean things to leia but that's on you elise no i don't want to insult my friends but at the bottom of your heart don't you want to no you're wrong don't say things like that bad teepo bad hey take it easy you two but teepo's been saying horrible things it's alright i don't mind always meddling with us just cause you're a few years older but but i like it when i have medals yup she really does feel that way oh thanks elise guess i'll keep right on meddling then wuuhh okay ah bitch la oh oh jude we're such great pals no 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 hey why do you always chop my face as a sign of affection i've never seen teepo get so close with anyone else before so that was like a teepo kiss it was? my first kiss was stolen by jude? oh stolen? that should be my line i can't believe i'm having this conversation with a puppet don't be coy jude you have to take responsibility oh jude responsibility? responsibility for what? it hurt a bug thatält what's so boxing Das ist ziemlich die Linie. Ich denke, dieser König wirklich hört sich an seine Leute zu hören. Der König von Arjul ist gut für seine Charisma. Es ist gesagt, dass er dieses Streich-Torn Land auf die Kraft von seinem Charakter allein ist. Ein Mann wie dieser ist sicher zu helfen. Charisma geht nur so weit. Wenn seine Regierung schrecklich produziert Kinder wie Elise, dann muss er es antworten. Dankeschön. Entschuldigung, wir haben Angst. Nein, das ist tatsächlich perfekt. Wir sind gut zu gehen mit den Wyvern? Ja, ich habe Royal Approval. Und etwas unglaublich passiert, als ich ein Publikum für Mila. Was ist das? Als ich ihnen deine Namen erzählt, sie sagten, dass seine Königin erinnert zu treffen. Sie sind alle in Roshagal oder so? Ähm, ich glaube nicht. Vielleicht wird der Tournament erreicht sein. Was für unsere Klan. Insofern, ich muss nach Shandu zurückkommen, um die Wyvern. Was ist das? Was ist das nicht erwartet? Es ist nicht ein Trapp, ist es? Ich habe ein schlechtes Gefühl über das auch. Du bist? Es geht nicht um ihn zu treffen. Was ist das? Aber das ist das? Ich bin nicht aufgerissen. Was ist das? Ich bin sehr hoch zu seinem Königin. Alvin, wir brauchen wirklich, dass wir uns direkt mit uns sind. Keine Angst. Ich weiß, dass du deine Hoffnung in mir hast. Sieht aus dem Größe des Landes. Gaius' Kastel ist eigentlich ziemlich modest. Ich denke, das ist admirable. Wow! Was für eine Empfangshalle. Gibt es hier noch... Gibt es hier mehr Räume? Sind? 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 Nein, du küsst hier nicht rein. Ooooooh! Guten Morgen! Kann ich echt hier nur rumlatschen? Das wäre jetzt hier geil gewesen, wenn wir das ganze Schloss erkunden hätten können. Das wäre richtig geil gewesen. Oh mein! Gönnis! Halt! Fünfzehn? Fünfzehn? Was ist das? Ich glaube, dass eine Dahl an eine Royal Audience ist. Ich dachte, wir könnten es hier sein. Du bist sicher? Es ist okay. Ich werde das für dich. Jetzt, wir treffen uns diesen König. Ich werde das nicht mehr tun. Ich bin Zhao, der Immobilierk des Chmyriads. Der Chmyriads? Fünf guerr Fasten und persönliche Service zu dem König. Dass ich mich mit ihm schauke. Was ist das? Ich bin Zhao, der Immobilierk des Chmyriads. Es ist ein großartiges Hönn zu treffen, der alten Schiff der Staf, Ilbert. Ah, und du bist der Eben-Wing of Arjul. Wengel, die Nova. Du musst sein King von Azul sein. Mein Name ist Gaius, King von Azul. Willkommen, Maxwell. Du hast eine Redezeit mit dem King, nicht wahr? Jetzt bitte, bezeichne dein Geschäft. Böster in deinem Land sind bereits in Roshagal-Hand. Wenn eine Krieg geschehen zwischen deinen Nationen, dann wird die Ergebnisse katastrophisch für alle. Oh, und du kamst hier nur um zu erzählen mir das in person? Oh, ja, Herr Herr. Wir planen um zu zerstören eine von Roshagal-Hand. Eine wirklich große Sache. Als das Ding weg ist, wir wissen, dass Roshagal-Hand nicht bereit sein würde, dass Sie eine Krieg auf dich. In Wahrheit, wir hoffen, dass du, wie du, uns helfen kannst. Ist es noch etwas anderes? Ja, es gibt eine andere Sache, die wir uns diskutieren wollen. Es geht um den Booster-Laborator in der Royal Hunting Grounds. Ist es wahr, dass du eine Orphan für diese Facilität abzucht hast? Und dann hast du Erfahrungen auf diese Kinder gemacht? Ich habe das nicht gesehen. Was hat das überhaupt mit dir zu tun, Spirit? Ich bin Maxwell. Es ist meine Aufgabe, die Menschen und die Spirit zu retten. Wirklich? Spirit zu retten Menschen? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Du hast deine Aufgabe als King gewonnen. Und dann hast du mit den Leben von deinen eigenen Menschen gewonnen. Nichts? Der Laborator ist völlig meine Aufgabe. Es war eine hohe für diese Kinder. Sie würden sie ohne sie sterben. Sie würden sie vorstellen, wie ein Wissenschaftler-Labor. Aber ich versuche dir, die Experimenten waren völlig wunderschön. Sie würden uns überlegen, dass wir das Wort machen wollen? Aber ich... Ich war... Sie waren die Kinder. Sie waren die Kinder. Sie waren die Kinder. Sie waren die Kinder? Sie war auch in Hamill, Elise hat sie in einem kleinen Raum zu leben. Sie sind nicht so... Sie glaube ich... Na ja, ja. Sag mir etwas, Junge. Hast du schon gedacht, was es braucht, um zu erreichen, um zu glücklich zu erreichen? Zu erreichen, um zu glücklich zu leben? Ja, um zu leben, eine glücklichste Leben zu leben. Wie denkst du, dass einer das so kann? Du weißt? Na ja... Es braucht Freiheit, um zu machen, und zu formen, um deine eigenen Glauben zu machen. Ja, genau. Es braucht Freiheit. Hm. Ich glaube nicht. Als ein Mann verliert seinen Weg in der Leben, der Boden hinter ihm beginnt zu langsam schreien, bis es nichts mehr gibt. Was bedeutet das, nichts mehr gibt? Ein Mann, der nicht findet seinen Weg, wird verabschiedet. Je mehr erläutert, je mehr erläutert, je mehr erläutert erläutert. Ah. Ach. Die richtige Glückwunsch kommt aus dem folgenden Weg nach einem gesamten Leben, ohne sich zu verabschieden. Mein Land produziert nicht Fehler. Es ist der König zu zeigen, seine Menschen den richtigen Weg zu zeigen. Ich muss sie von sich zu werden, komplett verabschieden. Jetzt, ich erzähle dir, in kein bestimmten Worten, warum ich dich hier呼be. Maxwell, ich weiß, dass du die Schlüssel aus dem Laboratorium in Roshagal verabschiedst. Jetzt schau es sofort. Nein, ich will nicht. Die Schlüssel war nicht für die Menschen. Wenn du mit der Macht, die ganze Welt verabschieden kann, kein Mensch kann ihn oder sie selbst kontrollieren. Es scheint, als ob du nicht gehört hast, was ich gerade gesagt habe, Spirit. Es ist etwas über die Heilige Gelegenheit und die Gelegenheit. Ich habe es schon gehört. Sie Menschen niemals verändern. Ich habe dich seit 2000 Jahren gesehen. All right. Then why don't you just tell us where the key is? What? Alvin! What are... What are you doing? But you can't... Alvin. Sorry guys. I'm just doing my job. Alvin. Who did Maxwell entrust the key to? The Handmaid Ivor. He's probably sulking back in Nia Cara as we speak. Alvin. Al. What are you doing here? Hey. Pressa. Long time no see. Pressa. What is it? Ignore them. Give your report. The Rashigal Army has invaded Hamil. What did you say? I'm afraid the casualties are high. Those not killed were captured. They were then sent to Rashigal. We also found evidence that the power of a great spirit was used upon the village. A great spirit? But no one has successfully summoned the four great spirits for two decades. Impossible. I would have known if the four great spirits had been released. Could it be? The lance of Kresnik? Is it possible that Nautical has made a new key? If that's the case then we're declaring war. Send word to all the clans. I am going to crush anyone who dares to harm my people. Well then, we will no longer have any need for the likes of you. But if his highness were to have the spirit Maxwell as his captive, even the unruly clans would be forced to bend their knees. Miss Elise. BANNEN CHILEN BANNEN CHILDREN Well, don't stand there! Come on, run! Nein! Kaffee Maxwell. Recover das Testsubjekt.